Lukas und ich, wir sitzen heute hier, um euch ein bisschen was über unterschiedliche Laufsohlen bei Laufschuhen zu erzählen. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht erzählen wir euch einiges Neues. Lasst euch überraschen, wir freuen uns auf jeden Fall. Einer der wichtigsten Punkte, wenn ihr euch einen Laufschuh kauft, ist natürlich, auf welchem Untergrund wird der Laufschuh eingesetzt. Ihr habt natürlich vielleicht einen Untergrund, wo ihr sagt, ich bin viel im Wald unterwegs oder nur auf der Straße, Maßasphalt, ein bisschen durcheinander gemischt oder ich laufe knöcheltief durch den Schlamm. Auch schön. Auch schön, macht auch Spaß, aber welche Sohle und welcher Schuh eignet sich dafür? Wir haben uns jetzt einfach mal geschnappt, so ein klassisches Mischsohlenprofil. Ein typischer Allrounder, hier am Beispiel ist Soconi München 5. Lukas sagte schon, es ist ein Mischsohlenprofil, das heißt Asphalt, Schotter, Parkwege, verdichtete Feld- und Waldwege. Mit dem Schuh, mit ähnlichen Modellen, Ghost 15 etc. pp. wunderbar zu laufen. Wenn ihr Schuhe seht, die solch ein Mischsohlenprofil haben, die zeichnen sich dadurch aus, die sind über die komplette Sohle mit Außensohlenmaterial ausgestattet. Das ist meistens ein Gummimaterial, was deutlich höher von der Abriebfestigkeit ist als manch andere Materialien, manchmal mit Luft aufgeschäumt, um zusätzliche Komforteigenschaften zu haben. Aber von der Ferse über den Mittelfuß bis vorne in den Großzehbereich Außensohlenmaterial. Hat den Vorteil, egal wo ihr aufsetzt, ihr habt guten Halt, weil das Material immer so ein bisschen aufgeraut ist. Das heißt, es ist wie so ein Gummi, der sich irgendwo festsetzt. Dann könnt ihr nicht hin und her rutschen. Zudem habt ihr eine ganz kleine Profiltiefe. Das heißt, wenn man auch mal irgendwie unterwegs ist, wo es vom Untergrund ein bisschen gröber ist, habt ihr hier auch zusätzlichen Halt, dass man da nicht wegrutscht. Wenn es im Wald mal gerade geregnet hat und es ist ein bisschen schlammig, dann geht das auch. Natürlich nicht zu schlammig, sonst setzt sich das ganze Profil zu. Genau, da vielleicht, um einen Vorteil aufzuräumen, wenn ihr im Wald lauft, braucht ihr nicht unbedingt einen Trailschuh. Wenn der Untergrund ein bisschen fester ist, macht es auch ein Mischwohlenprofil ohne Probleme. Definitiv. Wenn ich jetzt aber schneller werden möchte, kann es vielleicht Sinn machen, dass der Schuh nicht nur leichter wird, sondern auch nur noch strategisch platzierte Außensohlenelemente hat. Man sieht es hier, ich habe jetzt hier einen Hyperion Elite, einen Wettkampfschuh mit Carbonplatte. Der hat tatsächlich im Rückfußbereich nur noch so ganz kleine einzelne Elemente und dann Mittelfuß fast komplett ausgespart Richtung Vorfuß, um wirklich dynamisch Vorfuß zu laufen. Da in den Bereichen des maximalen Abriebs dann auch Elemente darauf, dass es nicht sofort auf die Zwischensohle geht. Genau, also für maximalen Speed wenig Außensohle, natürlich dann auch weniger Halt dadurch. Aber das ist ja auch nicht so wichtig bei einem Schuh, da geht es ja einfach schneller vorne zu rennen. Damit möchtet ihr nicht ins Gelände gehen. Also ihr das extrem, bitte damit nicht richtig ins tiefere Gelände. Genau. Es ist sehr, sehr schwer zu erkennen, wenn ich den Schuh jetzt so halte in die Kamera. Die Elemente sind auch sehr, sehr flach. Im Vergleich zu München 5 haben wir es gerade gesehen, da sind die Elemente deutlich höher, deutlich mehr Profil. Hier wird es flach, dynamisch, schnell. Ich möchte unterwegs sein. Dementsprechend geht es auch in die schnelle, flotte, flache Richtung. Genau. Es gibt aber natürlich auch diejenigen, die sind unterwegs vom Asphalt zum Trail. Lukas, bitteschön. Genau, und dafür gibt es die All-Terrain-Schuhe. Also die Schuhe, mit denen ihr im Trail laufen könnt, aber auch auf der Straße. Dafür ganz wichtig vielleicht zu erklären, warum Trail-Schuhe man nicht auf der Straße laufen kann. Also nicht so gut jedenfalls. So sagen kann man es nur... Genau, ich zeige dafür jetzt noch einen richtigen Trail-Schuhe in die Kamera, auch wenn ich sie jetzt so wegnehme. Man sieht, hier hat man beim richtigen Trail-Schuhe eine sehr extreme Stollentiefe und dadurch wenig Material, auf dem man gleichzeitig aufsetzt, wenn ich auf einer Auflagefläche, wo man auf der Straße steht. Das heißt, alles Gewicht ist auf ein paar Stollen verteilt. Das heißt, wenn es sehr nass ist, dann auch auf einer Straße, kann es sogar rutschiger im Trail-Schuhe sein, als auf einem normalen Schuh. Und ihr habt einen extrem hohen Abrieb, weil die Trail-Schuhe haben auch die Noppen, diese Profilierung ist immer ein bisschen weicher, damit ihr sie wirklich so ein bisschen in den Schlamm reingrebt. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr damit nur auf der Straße lauft, recht schnell gar kein Profil mehr haben, sondern einen flachen Schuh. Du hast jetzt hier den Peregrin in der Hand. Lass uns dann noch direkt bei den Trail-Schuhen bleiben und gleich zurück auf den Hoka Challenger ATR kommen mit der All-Terrain-Sola. Weil ich finde es halt wirklich, du hast es gerade beschrieben, man sieht es auch so ein bisschen, die Profile sind auch unterschiedlich angeordnet. Das heißt, bergauf, bergab, je nachdem, wo ihr mit dem Fuß aufsetzt, wo ihr im Gelände unterwegs seid, ist er komplett darauf ausgerichtet, ganz langsam, ich bin fast so schnell wie der Schuh hier, ausgelegt, dass ihr da genügend Halt und Traktion habt. Da geht es bei einer profilierten Außensohle im Trail-Bereich drum. Genau, also bergab, der Schuh gräbt sich in den Schlamm. Die Trail-Schuhe haben da wirklich ein ganz anderes Profil, ein ganz anderes Gefühl. Ihr habt viel mehr Stabilität, wenn ihr im Gelände seid. Aber wie auf der Straße, nicht so gut. Also, merkt euch, seid ihr im Trail unterwegs, dann Trail-Schuhe mit einem groben Profil, kommt ein Asphalt-Anteil dazu, beachtet, dass die Abriebfestigkeit nicht ganz so gegeben ist und auch die Sicherheit im Stand. Sind es nur ein paar Meter, kein Problem. Aber wenn ihr wirklich länger auf Asphalt unterwegs seid, ist davon eigentlich abzuraten. Seid ehrlich zu euch selbst, braucht ihr einen Trail-Schuhe, macht ihr euch richtig dreckig, seid ihr richtig im Schlamm unterwegs oder alpin. Dann ergibt sowas Sinn. Ansonsten, wenn ihr es gemischt habt, dann das mischeln. Challenger ATR von Hoka. Hier, das ist ein typischer ATR-Schuh, ATR All-Terrain Running. Beim Hoka ist es so, die haben die Elemente unterschiedlich hoch gemacht, je nachdem, wo ihr vom Fuß aufsetzt. Das heißt, die Außenseite ein bisschen tiefer profiliert, trotzdem ein satter Aufsatzpunkt. Man sieht es auch von der Fläche, ganz anders als beim Trail-Schuhe. Die Auflagefläche ist deutlich größer. Die Profile sind aber tiefer als beim normalen Allrounder. Das heißt, wird es mal ein bisschen schlammiger, ein loses Geröll, Schotter, ein bisschen extremer. Dann kommt ihr damit natürlich besser voran, als mit so einem Mischsohlenprofil wie bei München 5. Genau. Und habt ihr hier auch nicht das Problem, dass ihr einen höheren Abrieb habt als beim normalen Straßenschuh. Die Otto-Terrain-Schuhe sind so gebaut, dass ihr mit denen auch sehr lange Spaß haben könnt, auch wenn ihr größtenteils Asphalt- oder verdichtete Waldwege lauft. Dementsprechend. Seid ehrlich zu euch selbst. Stellt euch am Anfang die Frage, wo bin ich unterwegs, womit bin ich unterwegs, wie schnell bin ich unterwegs. Reicht mir ein Mischsohlenprofil für Asphalt, Schotter, Parkwege? Möchte ich ein Wettkampfprofil, was leicht, aber dann auch nicht ganz so den Halt oder die Langlebigkeit vor allem gibt, habe ich sowohl den Asphalt als auch die Trails unter meiner Sohle. Dann kommt ihr mit der ATR-Sohle besser zurecht. Oder Lukas' Favorit, glaube ich, tatsächlich. Wenn man sich richtig schmutzig machen will, tiefes Gelände, wirklich Material unterm Fuß oder halt berghoch, bergrunter, dann Trail-Sohle. Wenn ihr Fragen habt zu den unterschiedlichen Sohlenstrukturen von Laufschuhen, dann meldet euch gerne bei uns, schickt uns über WhatsApp eine Frage, benutzt unser Ticketsystem, schreibt eine E-Mail oder ruft uns an. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert unseren YouTube-Kanal, da findet ihr noch weitere Videos.